so hallo und herzlich willkommen zu let's play hunger games part 2 heute ich mache mal solo alleine okay heute mal mache ich mal solo alleine und hoffen mal dass ich mal überleben werde was ich wahrscheinlich nicht tun werde wirklich jemand nein glaubt nicht aber ich gucke jetzt auch nicht nach hinten so ich habe schon mal hier in eisenhelm ja das ist schon mal sehr gut da brauche ich nicht die jämmerliche lederkappe darauf zu setzen und die musik im hintergrund ist befriedigend keiner verfolgt mich das ist schön so mag ich es jetzt müssen wir nur noch ein paar kisten finden das da ist ne das sah aus wie eine kiste ist es aber nicht leider muss man gut aufpassen wo überhaupt kisten sind weil ich kenne die map gar nicht so ihr habt ja gerade gesehen ich habe gerade f1 gemacht um ein stammt nil schluss 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 zu machen kiste und ja jetzt hoffe ich erst mal dass ich eine gute waffe bekomme kiste und goldschwert ist genauso stark wie ein ja heute sind zwar wenig spieler hier aber ich versuche mal lieb mal so mal so zu versuchen hier goldschwert ist genauso stark wie ein holzschwert deshalb ja ist es besser wenn ich ein steinschwert bekommen oder ein eisenschwert wenn ich richtig glück bekomme also wenn ich glück habe aber dafür habe ich schon mal ein schaden ding hier so level 17 bin ich jetzt geworden naja wenigstens habe ich eine waffe um mich zu beschützen jetzt sieht man aber es kann ja sein dass ich auch bei wenigen leuten verkacken können deshalb ja ich denke der blitz geht immer auf mich hier los ja ich weiß das ist auch so aber ich kenne die map gar nicht also von daher also ich kenne die arena hier nicht mann hier nahrung essen und so zeug aber ich brauche mal besser schwert oder wenigstens pfeile für den bogen der blitz geht ja immer auf mich hier los toll jetzt könnte mich die feinde hier ganz schnell finden aber versuchen wir erstmal hier mit besserer waffe zu finden bevor ich sterbe sieht ja wirklich verdächtig aus aber verdammt ist auch nicht wahrscheinlich aber sieht irgendwie verdächtig aus das sieht da hinten richtig verdächtig aus aber ja 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 ich benutze das text und ich weiß jetzt gar nicht wie viele spieler noch leben spieler noch leben aber ja letztens stand da glaube ich vier glaube ich drauf jetzt sagt mich dass ich hier keine kisten finde das heißt die ganze reise hier war umsonst gewesen da wie da weiß ich schon mal bescheid ab und geht hier nicht natürlich hochkommen komme ich ja auch wahrscheinlich nicht hat sich doch nicht gelohnt hier hinzukommen ich bin da nur ein goldschwert aber dafür die goldenrüstung ist auch mal was hochkommen hochkommen doch wieso hat man enderpernt oh nein ich hab gedacht ich hab schon gehofft dass es hier auf den ufer kommt naja egal mal gucken ob ich überhaupt etwas erkenne entscheidend sehr wenig männerperle kann ich wieder wegpacken ich weiß rennen ist keine gute idee aber wie ihr seht ich habe genug zu essen das reicht schon mal glaube ich für ein bisschen das da sieht eigentlich auch recht verdächtig aus oh das sieht sogar sehr verdächtig aus nach ganz schönen kisten schon wieder essen ich brauche eine bessere waffe meine leute leute ich brauche bessere waffen aber dafür habe ich jetzt fast eine komplette goldene rüstung ok außer helm jetzt hier wegpacken warte bei der kiste war ja so auf mich hier wieso auf mich stehe ich nicht mal gucken wie man da hoch ich bin heavy hm ok da kommt wasser runter das heißt ich kann hier irgendwas mal ab da kann ich hoch schwimmen ja dankeschön wenigstens habe ich eine war für mich zu beschützen so was gibt es hier so schönes ist das schön hier war doch keiner iron chest plate ist natürlich viel stärker und erfahrungspunkte kann ich mir auch ein steinschwert das ist schön jetzt habe ich eine bessere waffe noch ein steinschert für den fall pfeile bekommen das ist schön nein ich möchte nicht in die kiste packen ich nehm die lieber mit vor andere wenn die anderen spieler hier das abstauben wo jetzt habe ich eine hälfte eisenhälfte gold ich habe jemanden essen gehört ich weiß nicht ob das auf youtube gehört habt aber ich habe jemanden gerade was essen hören ich höre dass jemand da gar nicht ich habe aber gerade jemanden essen gehört das kann mir doch nicht einfach so im ohr einfach so kommen check ich habe ich bin entscheidend gibt es hier nichts mehr es wäre schön gewesen wenn ich eine eisenschwerd bekomme Es sieht ja eigentlich ganz so aus, ob man nach oben gehen kann, aber irgendwie ein bisschen knifflig. Nee, kommt man nicht hier so hoch. Ich hab's schon wieder gehört. Ah! Komm, stirb. Komm her. Bleib stehen, feige Ratte. Hä, was? Das war doch der Letzte, der gelebt hat. Du Scheiße. Okay, damit verabschiede ich mich schon mal. Und wir sehen uns dann bis zu meinem nächsten Hunger Games Spiel wieder. Bis dann. Mann, war das ein Scheißspiel gewesen. Oh mein Gott, jetzt muss ich da zu einer anderen... Oh, ich nehm ja noch auf. Ist ja schön. Naja, könnt ihr mich noch ein bisschen hier zuschauen. Aber es war ein richtig Scheißspiel gewesen, dass man noch der Einzige, der gelebt hat. Na toll. Naja, wir sehen uns dann wieder. Später wieder. Bis dann.